Musik 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 Ja, es ist eine schöne Kante. Musik 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 Ich gehe gerne auf Umzüge und feiere mit Leuten, weil es mir Spaß macht. Sehr gut, die Robotser sind toll verkleidet, sehen gut aus, sind alle fröhlich und machen alle gut mit. Also wirklich eine geile Sache. Ich kann doch jedem empfehlen, mal Prinz zu machen oder Prinzenpaar oder Prinzessin oder mehrere Prinzessinnen, wie ihr das haben wollt. Eine richtig schöne Sache, viel Arbeit, viel Stress, aber es ist eine schöne Sache. Was war dein Highlight? Heute. Heute ist mein Highlight, weil heute ist mein Tag auf dem Wagen von der ganzen Mannschaft, wo wir natürlich halt arbeiten müssen. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr wieder mitzumachen. Wie gefällt dir denn hier der Karnevalsumzug in Rommers? Aber sehr, sehr gut, das Wetter hält, die Stimmung ist super, gefällt mir gut. Hauptsache Fastnacht, Hauptsache Umzug. Was findest du macht den Karneval hier in unserer Region aus? Gute Büttenreden, gute Tänze. Dies ist ja ganz besonders gute Männertänze. Also es ist einfach nur toll. Und die Stimmung, alles passt. Und das sagt euch die alte Schattel aus der Rhön. Die ist immer bekannt für ihre Büttenreden. Und für was bist du bekannt? Für die Kochwurst. Osthessen News. Sehen, was bewegt.